Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MeinSie. Wie ihr sehen könnt, ich habe einen neuen Skin. Juhu! Weil... Oh, Verbindung zum Server getrennt. Loh. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass die anderen Leute mich immer umgebracht haben. Immer umgebracht haben, weil ich so einen bösen Skin hatte. Und deshalb dachte ich mir, nimmst du mal so einen freundlichen. Jetzt weint bei mir der Zombie auch wieder. Ja, okay. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder, hallo. Okay, also wir haben ein paar Netzprobleme heute. Mal gucken, ob es klappt. Lol, guck mal, guck mal, guck mal. Was? Oh, jetzt ist er weg. Da war eben noch ein Cookie Monster. Was ist er? Naja, wir fangen einfach mal an. Slash MeinSie spawn. Es regnet. Oh, ja. Ich bin bei plus 2900. Gut, ich bin bei plus 2100. Okay, dann rennen wir wohl aufeinander zu, ne? Ja. Das heißt, da ist die fette Brücke. Ja, ich sehe sie auf der Karte. Okay, ich komme zu dir. Weil wir wollten sowieso ganz nach rechts. Zu der Kirsche, gell? Ach ja. Ich höre Musik an. Oder war das in Romero? Ich glaube, wir müssen in deine Richtung, weil da dieses Dorf ist. Romero ist bei 1700. Wo bist du denn? Ich bin bei 2800. Ja. Gut. Also wir laufen aufeinander zu. Ja. Ja, mal sehen, ob wir heute länger überleben, weil es sind ja nicht so viele online. Ja, inzwischen schon. Also, vorhin war das ja ziemlich leer. Da waren nur 27 hier drauf. Jetzt sind aber inzwischen wieder 40. Na gut. Oh, jetzt muss ich über die Brücke. Okay. Was ist das? Ja, aber bei mir stand jetzt wieder das mit den Proxys being rebooted. In 30 seconds. News slash log out slash log out. Aha. Okay. Na, das ist ja ein bisschen komisch heute. Hm. Okay, hier sind wir ja bei dem Dorf, wo wir schon mal waren. Mal gucken, ob wir da schön geil Sachen finden. Mal schauen. Ja, ich wollte jetzt einmal rausgeschmissen. Ja, da bist du ja wieder drin, ne? Hier ist ins Kami, das Dorf, oder was hast du denn? Kami ist bei 2500. Ja. Da loot ich mir jetzt erstmal ein paar Sachen. Ja, und dann können wir von da aus, da können wir uns treffen. Und dann kommen wir zurück. Jawohl, ein Steinschwert. Pfeile und ne Hoe. Na. Na, mal gucken, ob das jetzt was wird hier. Es müssen jetzt auch ziemlich wenig auf dem Server sein. Umso besser für uns. Ah, scheiße. Verpiss dich, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, Alter. Hier wollte ich jetzt nicht schon wieder sterben. Okay, da ist grad ein anderer Zombie. Von jemandem. Zwei Leute sind offen. Du bist auch auf US-12, ne? Zwei Leute sind da drauf. Zwei Leute sind da drauf. Zwei Leute sind da drauf, oder was hast du da? Ja, drück mal E. Ja, ja, bei mir ist woanders. Ne, bei mir sind jetzt wieder... Jetzt kommen die alle wieder hin. Ja, ja, jetzt kommen die alle wieder rauf, aber trotzdem. 2520. Ich bin jetzt auch, glaub ich, hier. Kami, ja. Du bist auch in Kami, ne? Ja. Das ist gut. Jawohl, einen Bogen haben wir. Also nicht erschrecken, ne? Ich bin jetzt ein Krümelmonster. Ja. Und hier, ich hab aber nur noch fünf Herzchen. Weißt du, was ich schon wieder vergessen hab? Stoppuhr. Die mach ich mal ganz schnell an. Also hier können wir uns auf jeden Fall richtig Sachen looten. Ja, hier gibt's immer ordentlich Sachen. Ja. Da war doch jemand. Ja, ich töte hier nen Zombie. Achso, dann bist du ganz schön in meiner Nähe irgendwie. So weit. Der hat richtig viele Sachen. Oh mein Gott. Ja. Ne Schere hab ich bekommen. Ähm, das kann ich mit dem. Zack, zack. Dün, 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 dün. Einen Knopf und sowas. Nice. Ich bin da oben. Hallo. Ich seh dich nicht. Ich bin über dir. Achso. Dann brauch ich hier ja nicht mehr reingucken, ne? Ne. Schön, dass es jetzt wieder Tag wird, das ist ganz gut. Ist hier irgendwo Wasser? Ich hab nämlich ein paar Flaschen, die er aufnehmen muss. Okay. Jawohl, ich kann uns Cookies machen. Zumindest einen, glaub ich. Kakaobohnen und Weizen, hab ich. Mhm. Du hast zwei Weizen, eine Kakaobohne. Puh, scheiße. Fuck. Da hab ich runtergefallen. Scheiße, der kommt. Ich hab auch einen Weizen. Was kommt denn da? Ein Zombie, oder was? Ja, aber das hat uns nicht mehr entdeckt. So, dann probieren wir das mal aus. Wie mach ich das denn? Ähm, also ganz außen Cookies und in der Mitte, ähm, wer heißt Kakaobohnen? Ganz außen Weizen, du Trottel. Ja. Ah, acht Stück gibt das, nice. Mhm. Jetzt werde ich hier in Skype zugespampt, oder was? Haha. Okay, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen, weil das nervt ja ein bisschen. Ja, das sag ich dir. Ja, da wurde ich wieder in so eine eklige Gruppe eingeladen, weißt du. Okay. So, hab ich das mal beendet. So, jetzt bin ich wieder da. Okidoki. Da ist einer, aber komm, den bringen wir um, Bennett. Wo? Da. Ja. Wollen wir es finden? Ja, wenn er hier an Land kommt, damit wir die Sachen lupen können. Loll, der ertrinkt gerade. Ja. Jawohl. Okay, ähm, na her. Kriegst du den? Dann soll ich hier mal meinen Pfeil wieder ein. Ja, ich krieg den so einigermaßen. Jawohl. Okay. Hat aber nichts Besonderes dabei, glaub ich. Ne, ich glaub, Rüstung hat er jetzt hier. Bogen hat er ja auch. Oh, Entschuldige. Tut mir furchtbar leid, ey. Du hast mich so erschrocken. Gute Ausrede. Naja, wer uns hier, wer sich hier mit uns anlegt, ne? Weil wir haben jetzt gesagt, wir vertrauen gar keinem mehr hier. Äh, brauchst du irgendwas von der Lederrüstung? Schuhe oder... Ein Helm? Ein Helm brauch ich selber. Okay. Aber was anderes hab ich auch nicht. Ja. Gehst du hin? Ich hab hier... Äh, ich kann dir gleich mal was geben. Wenn du mich mal schützt, so ein bisschen. Was willst du mir geben? Pilzsuppe kann ich dir geben. Nice. Ja, warte, ich guck hier noch ins Haus eben rein. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Und Cookies hab ich mir auch mal eben gemacht. Wo bist du denn? Woll, bei mir leckt das grad. Ja, bei mir eben auch, aber... Ich bin im Haus ganz hinten. Neben dem Leuchtturm. Im Norden. Im Norden. Achso. Da bin ich oben. Also... Ja, und ich kann hier grad nix machen. Oh, Verbindung unterbrochen. Oh, bei mir auch. Ist wohl nicht so stabil heute, ne? Ne. Aber ich hab noch Internet, also. Scheiße, jetzt sind wir wieder im Lobby. Ja, aber ich... Hä, jetzt hat er bei mir auch Zähne. Jetzt war er bei mir wieder. Aber ich glaube... Okay, 20 Sekunden. Jetzt weint er bei mir wieder. Hä? Das ist voll komisch. Ja. Jetzt hat er wieder Zähne. Oh, das ist ja stressig, man. Warum kommen wir da jetzt nicht rein? Oh, Alter. Ja. Irgendwie. Ah, aber alle wurden gerade... runtergefahren, kurz. Überall sind nur ganz wenige Leute drauf. Ja. Zehn Mordetrein. Ja. So, jetzt bin ich... Okay, ich bin wieder drinnen. Okay, die Kiste ist leider weg. Schade. Okay, wo bin ich hier? Gut. Pilze von so. Hab ich schon gemacht. Da ist ein Zombie. Okay. Okay, ich guck mal eben in den Leuchtturm rein. Jawohl, da haben wir doch schon eine Kiste. Aber gut, das hätten wir liegen lassen können. Hast du einen Knopf, zufälligerweise? Nee, hab ich nicht. Schade. Okay, hier oben ist nichts. Das muss man auch sparen können. Ja. Was heißt? Hier, ich hab so eine versteckte Truhe sozusagen, also so eine schwer erreichbare Truhe gefunden. Ist das die unter Wasser? Nee. Ach so. Ähm, ein verzaubertes Schwert, also verzaubertes Eisenschwert und ein normales Eisenschwert. Nice. Also kann ich dir was geben. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Ja, in der Mitte beim Brunnen. Okay. Jetzt komm ich irgendwie raus. Ich komm mal zu dir, ne? Mhm. Sehr schön. Oh, da ist ein Zombie. Schiff, die Kopf's gehen. Oh, wow, 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 wow. Bleibst du mal hier? Ja, wo bist du denn? Bei mir stehst du da hinten noch. Ich steh jetzt beim Brunnen. Äh, also die Interverbindung ist grad nicht so geil, ne? Nee, irgendwie nicht. Beziehungsweise mit dem Server stimmt ja irgendwas. Ja. Wahrscheinlich, weil grad so viele versuchen zu joinen. Jetzt steh ich vor dir. Äh. Ja, warte. Nice Eisenschwert. Und hier. Was war das? Pilz-Suppe. Ah, Pilz-Suppe. Gut. Ja, ich hab verzaubert das Eisenschwert. Fett. Hier gibt's echt coole Sachen. Ich sag dir das, ey. Das ist richtig geil hier. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht umgebracht werden. Ja. Deshalb lass uns gleich mal weiterziehen, wenn wir hier einigermaßen ausgerüstet sind. Jo. Hast du ein Weizen zufällig? Äh, nee. Schade, sonst hätte ich noch ein Cookie machen können. Oder beziehungsweise acht Stück. Ja, hat er bei mir auch gesagt. Mach mal ein Slash-Logout. Warum? Dann wird dein Standort gespeichert. Okay. Und steht da in so und so vier Sekunden. Achso, ja. Zehn. Neun. Ja, das ist, äh, naja. Sie scheinen ja Probleme gerade zu haben hier. Ja. Lass mal in die Lobby gehen. Also in die Lounge, meine ich. Lass es bitte schön in die Lounge. Ja, da, wo du hinunter springst. Achso. Hui. Da bist du. Hallo. Ja, müssen wir einen kurzen Moment warten. Auf jeden Fall richtig geil, dass so wenige online sind. Ja. Und wir gleich da waren. Das ist richtig gut. Lol, was ist hier drinne? Hui. So ein Pedo, ey. Was ist das hier? Also dann ist ja unser Ziel eigentlich, ähm, zu der Kirche zu kommen, ne? Mhm. Würde ich sagen, oder? Ja. Moment, jetzt sind wir ja schon geil ausgerüstet. Also mit unserer Ausrüstung können wir auf jeden Fall wie jeden weg snacken, ey. Eisenschwert, verzaubertes Eisenschwert. Ja. Mit was war das denn verzaubert? Ähm, mit Knockback, glaube ich, und Schärfe. Also wegschlagen und, und schaden. Okay. Okay, lass uns jetzt wieder versuchen, raufzukommen. Ja. Oh Gott. To the lobby, to the lobby. Ja, ich bin draufgekommen. Hm, whoop. Okay. Oha, jetzt sind wir schon wieder 22 online, ey. Ja. Nice, ja, ich bin auch wieder drauf. Und jetzt ist Nacht. Das ist überhaupt nicht geil, ey. Ne. Da bist du. Also. Wo wollen wir uns verkriechen? Hm. Gute Frage. Kommt man in irgendein Turm rein? Leuchtturm können wir hoch. Okay. Zum Feuer. Ja. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.